Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus, die begrüßt euch zu einer kleinen und feinen Runde Caterine Crops. Ja, lange nichts mehr gesehen oder gehört hier auf meinem Kanal, aber es kamen natürlich immer wieder ein paar Updates. Und ja, die gucken wir uns jetzt nicht nach und nach an, weil ich spiele es einfach nur. Aber so wie es aussieht, habe ich wieder neue Missionen bekommen. Auf jeden Fall, die Mission, die ich, oder mein Kontostand, oder mein Spielstand, den ich vorher hatte, ist irgendwie komplett weg. Also, neue Willkommen hier auf unserem Hof. Hier gibt er bis jetzt die zwei Karten. Es gibt schon ein paar Mods, ich habe auch schon ein paar Reihen gemacht ins Spiel. Und wir sollen jetzt, oder so wie es aussieht, ein bisschen, ja, heu machen. So, verfügbar. Okay, machen wir erstmal die erste Aufgabe. Mission wird vorbereitet. Und da sind wir. Okay, warte mal. Ich muss erstmal selber wieder ein bisschen klarkommen hier mit der ganzen Materie. Das, das. Gut, machen wir es auch mal weg. Was ist denn hier mit dem Muschi? So, wir sollen hier den Trecker finden. Ich denke mal, das wird der hier sein. MB Truck Tour. Aber der MB ist doch der Mercedes gewesen, ne? Ah, dann gucken wir mal, wo der ist. Okay. Haben wir schon Kühe drinne im Stall? Ja, irgendwie schon, ne? Das ist doch vom letzten Mal alles hier geblieben, die Kühe. Komisch. Ja, wo könnte der zu, dieser komische? Dann müssen wir mal auf die Karte gucken. Ach, da hinten ist er. Okay, dann lass uns mal da hinfahren. Dann holen wir uns mal den Mercedes. Ich hab dir mal extra den Controller angeschlossen. Vielleicht sollte ich den noch ein bisschen feiner justieren, wenn das geht. Vielleicht sieht das vielleicht noch ein bisschen, uh, harmonisch aus. Mal gleich mal gucken, ob das geht. Einstellung, äh, Gamepad. Akkarte? Mittel. Okay. Sichtfeld, Kamera. Kann man alles so lassen. Ich denke mal, Fußgänger. Fahrzeug. Kollisionslevel. Okay. So, Mausempfindlichkeit, Tastatur. Empfindlichkeit. Und das ist doch bestimmt jetzt Controller. Empfindlichkeit. Mach ich mal ein bisschen weiter runter auf 20. Speichern wir. Gucken wir mal, wie er jetzt ist. Ja. Ist schon ein bisschen besser. Gut, dann fahren wir mal eine Runde. Und holen uns den neuen Trecker. Inwiefern wir jetzt hier großartig jetzt ein paar Missionen machen, müssen wir mal sehen. Wir warten einfach mal ab. Inwiefern wir wieder zurückgeschmissen werden. Wir hatten ja schon ein paar Mähdröscher. Also es gibt ja schon einige Sachen hier im Spiel, die mir doch besser gefallen, wie beim Landwirtschaftssimulator. Ich muss die Empfindlichkeit nochmal ein bisschen weiter runterdrehen. Machen wir mal auf 10. Speichern. Oh, sehr gut. Ah, da muss ich mir wahrscheinlich selber nochmal überlegen, wie ich das am Blödesten mache mit der Einstellung vom Lenkrad. Ähm, nee, vom Controller hier. Ich werde mich jetzt hier nicht noch hinsetzen. Okay. In einer Großartig mit dem Lenkrad hier rumfahren. Oh, ich will komplett falsch erfahren. Ich wollte nur mal gucken, wie es geht, um die Kurve zu fahren. Ja, dann werden wir das andere Fahrzeug wieder zurückholen. Ja, jetzt erfüllen bin ich noch nicht so. Oh, Stopp-Zeichen. Sieht nur noch alles ein bisschen clean aus, ne? Die Stadt. Oh, das kleine Dorf. Und da ist er ja. Da ist er ja. Schön. Wieso steht denn der einfach hier so? Wieso hat man den hier hingestellt? Oh, warte mal. Oh, warte mal. Warte mal, warte mal. Der hört sich an, ey. So, also wir sind da reingestiegen. Wir sollen zum Fahrzeughändler. Junge, Junge, Junge. Der macht ja krach viel. Das weh. Ja, macht aber Banane, ne? Achter Gang. Wir sind bei 50 kmh. 60. Drehzahlbegrenzer. Oh, schön. Alles gleiche. Das war noch mal die Inneneansicht hier. Sieh her. Oh, komm rein hier. Oh, jetzt soll ich zum Beispiel wieder zurück zur Farm fahren. Einfach mal übers Acker hier rüber. Ja, wenn wir die Aufgabe erledigt haben, zeigen sie so spät die Reifen an. Das ist auf jeden Fall nicht unsere Farm. Unsere kleine Farm. Der sieht einfach nur cool aus. Nichts geil, wo es lang geht, aber wir werden ja mal gucken. Heute sind wir vorbeigefahren. Na toll. Warum muss hier eine Ampel, äh, eine Bushaltestelle sein? So, warte mal. Wo fahre ich jetzt den Weg lang? Bin ich sowas von falsch gefahren? Da oben ist doch unser Hof. Wir werden auch übers Acker fahren. Die Bäume sind zum Glück unsichtbar. Ja, die Bäume sind zum Glück unsichtbar. Schön, super ja, Nico. Irgendwie ist es schon cool, mit so den Geräten rumzufahren. Was sagt er uns jetzt? Ich soll noch auf jeden Fall abhängen. Okay, haben wir gemacht. Und ich habe auf jeden Fall die Aufgabe zu 100% erfüllt. Okay, naja, das ist doch super. Na, wo ist hier? Ja, ja, ich muss mal gucken. Hier mache ich ja bestimmt raus, ne? Oh, schön ruhig. Ja, also ich finde das gut, dass hier irgendwelche Knöpfe sind, wo ich hier ein bisschen was einschalten kann. Das finde ich echt cool. So, ja. Gut, wir machen erstmal hier Feierabend. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an der ganzen Sache. Und ich denke mal, man könnte durchaus die ein oder andere Aufgabe hier machen. Zum Beispiel Heu einfahren, sowas ist alles angesagt. Schauen wir mal, was dann alles so kommt, ne? Also mit den Worten mache ich erstmal einen Fisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bye, bye. Mach's gut. Mach's gut. Untertitelung des ZDF, 2020